Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und wir machen heute weiter mit der Gloryhunter Karriere. Wir sind angelangt am Ende des Transferfensters. Es ist nochmal ein bisschen was passiert. Wir haben nämlich, das habe ich ja in der letzten Folge schon gezeigt, Niklas Süle zu Intermailand verkauft für insgesamt 21 Millionen. Und seinen Nachfolger mit Todibo habe ich ja auch schon gezeigt. Der ist dann auch gekommen. Alles gut, easy peasy. Verdient sogar weniger als Süle hat und ist in meinen Augen mindestens genauso gut, was die individuelle Qualität angeht. Hat nur eine Million mehr gekostet. Im Endeffekt von daher alles gut. Wir haben außerdem Daniel Mahlen verkauft, der weg wollte. Ist am Ende jetzt zu der Fiorentina gegangen für 9 Millionen. Das nehme ich gerne mit. Wir hatten zwar auch ein Angebot von über 10 Millionen, aber das hat er abgelehnt. Das war glaube ich Leicester und Fulham oder so. Also Premier League wollte er offenbar nicht. Serie A dann scheinbar schon. Fiorentina war dann okay. Ich habe, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, mir nochmal einen Spieler als Backup geholt, weil er halt einfach günstig ist. Er hat Riesenpotenzial. Ist vielleicht auch eine Art Standardtalent, aber er hat nochmal Riesenpotenzial. Rooney Baci. 19 Jahre jung. Krasse Werte. Auch richtig schneller Flügelstürmer und offensiver Stürmer. Also offensiver Stürmer. Einfach ein richtig schneller Stürmer. Richtig gute Werte. Jung. 15 Weitschuss zum Beispiel auch schon. Also er hat noch ihr Entwicklungspotenzial. Ist in meinen Augen ein No-Brainer gewesen. Für 10 Millionen. Ausstiegsklausel habe ich den jetzt gezogen. Oder 11 Millionen. Es musste sein. Also ganz im Ernst, es musste sein. Das ist ja nicht so. Wir haben leider bei Nogittens nicht verliehen bekommen. Da kamen keine Angebote rein. Reus wollte auch verliehen werden. Da kamen auch keine Angebote rein. Emre Can bin ich nicht losgeworden. Leider. Den wollte ich eigentlich auch noch verkaufen, weil der auch mit am meisten noch verdient. Hier drittteuerster, was das Gehalt angeht. Aber auch deswegen bekommen wir den halt nun mal nicht verkauft. Wenn er nur mit Gehaltsbeteiligung. Und das will ich nicht. Das ist in meinen Augen Quatsch. Ja, dementsprechend ist der Kader noch nicht perfekt. Aber ich bin zufrieden. Wir haben Schlotterbeck behalten. Wir haben halt am Endeffekt kein Angebot bekommen, wo ich sage, das nehme ich an. Ich werde ihn nicht verhökern für weiß ich nicht wie wenig, nur weil er weg will. Das mache ich nicht. Und wenn Chelsea, Tottenham und Co. am Ende nicht das Geld bieten, werde ich ihn nicht abgeben. Und vor allem jetzt werde ich ihn nicht mehr abgeben, wo ich keinen Ersatz auf dem Niveau für ihn holen kann. Weil hätte ich ihn verkauft für um die 30, hätte ich mir noch einen weiteren Innenverteidiger gekauft. So bleibt er jetzt für die Rückrunde. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass wenn wir in die Champions League einziehen werden, was wir, also Champions League Qualifikationen, come on. Also das sollte schon sicher sein. Dann hat er vielleicht auch Bock zu bleiben. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens einen Titel raus. Eigentlich hoffe ich auf das Double, auf das Deutsche. Und EuroLeague mal schauen. Kommt auch ein bisschen aufs Losglück natürlich an. Apropos Losglück. Wir gehen heute erstmal rein ins Viertelfinale gegen Paderborn. Das werden wir gleich übernehmen. Vorher werde ich noch off-cam das Spiel gegen Köln machen. Ansonsten werden wir höchstwahrscheinlich auch noch das Hinspiel der EuroLeague mitnehmen. Ich versuche es mal bis dahin zu machen. Heute in der Episode haben wir zwei Spiele und den Rest machen wir halt zwischendurch. Dann zeige ich euch immer nochmal die Highlights im Nachhinein. Ich denke, das sollte fit gehen. Dann haben wir in diesem Spiel zumindest nochmal das Hinspiel der EuroLeague. Und sehen, welchen Gegner wir kriegen werden. Oder werden wir uns auch noch die Auslosung dann angucken, logischerweise. Ist, denke ich, mal ganz nice. Soviel zu Beginn. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es gegen Paderborn im Pokal rangeht. Here we are. DFB-Pokal. Viertelfinale gegen Paderborn. Ligaspiel. Debüt. Todibo. Badji. Beide direkt mit dem Treffer. Badji noch dazu mit der Vorlage. Perfektes Debüt für die beiden. Souveränat 4 zu 0. Sieg auch mehr als verdient. Wir haben Köln an die Wand gespielt. Hier leitet Badji das Ganze noch selber ein. Läuft dann richtig gut mit. Reina hat die Augen offen. Nimmt ihm mit. Schönes Tor. Und direkt das Zweite bereitet er dann vor. Freistoß Badji auf den zweiten Pfosten. Todibo setzt sich durch. Reingeköpft. War dann auch kein Abseits. Hat gezählt. Dann Aller mit dem 3 zu 0. Alles in der ersten Halbzeit. Dodo mit der schönen Flanke in die Mitte. Da setzt sich Aller durch. Keine Probleme, das Ding reinzuköpfen. Und zu guter Letzt ebenfalls in der ersten Halbzeit. Danach haben wir scheinbar ein bisschen aufgehört. Dodo wieder über die Außen. Spielt den Ball in die Mitte hoch. Aller köpft nochmal rein. Und Reina schießt das Ding rein zum 4 zu 0. Jetzt geht es dann rein im DFB-Pokal. Ich habe die Aufstellung schon fertig gemacht. Wir gehen ein bisschen Risiko in mit ein bisschen Rotation. Aber ich hoffe mal, dass das Ganze funktionieren wird. Wir geben Nipan die nächste Chance, sich zu beweisen in der Startelf. Diesmal auf der Volante-Position. Und Emre Can bekommt auch mal seine Einsatzminuten. Denn er ist ja im Kader. Von daher ist es besser, wenn er mal ein paar Minuten auch kriegt. Ansonsten aber eigentlich gute Startelf, würde ich behaupten. Nicht sonst groß Risikoeingang. Höchstens im Mittelfeld halt. Paderborn, bisher ungeschlagen in den letzten 5 Spielen. Viermal unentschieden. Die haben Maldini sich geholt. Da Costa spielen die gleiche Formation. Wird, denke ich, mal interessant. Ich bin gespannt, was wird. Wir gehen rein. Weiter Einwurf. Wird allerdings rausgeköpft. Die Flanke kommt trotzdem in die Mitte, wo Hofmeier einläuft. Und zum Glück drüberköpft. Glück gehabt. Die erste gute Chance geht auf das Konto von Paderborn tatsächlich. Bisher ein verhaltener Start von uns. Wir haben noch nicht wirklich irgendwas gesehen. Also noch gar nichts, um genau zu sein. Jetzt mal die Ecke. Adeyemi bringt sie rein. Wir haben Hummels und Schlotterbeck am kurzen Pfosten. Schlotterbeck kann sich nicht durchsetzen. Dodo wird zu Fall gebracht, aber kein Elfmeter. Und der Schuss von Brandt wurde dann auch geklärt und geblockt. Die Szene bleibt aber heiß scheinbar. Dodo, Todibo und wir bauen wieder von hinten auf, wie es aussieht. Wir bleiben aber scheinbar noch drin in der Szene. Todibo jetzt mal mit einem kleinen Vorstoß. Nimmt Dodo mit. Wieder auf Todibo. Was eine Flanke von Todibo mit dem Außenriss. Fögrug stand zwar am Abseits. Aber fantastische Flanke, Alter. Wir machen direkt weiter mit dem Einwurf. Benzibaini auf Can. Der zurück auf Benzibaini. Der findet Nüparn. Dodo. Freistoß von Benzibaini aus dem Halbfeld. Fögrug mit dem Kopfballversuch, aber leider nur auf das Tor. Und nicht drauf. Aber wir haben uns jetzt langsam reingefunden. Auch wenn die XG noch fehlen, weil es sind alles relativ XG-schwache Chancen, sage ich jetzt mal. Sieht es schon ein bisschen besser aus mittlerweile. Adeyemi mit der Ecke. Kopfball Hummels an die Unterkante der Latte. Fögrug bleibt dran. Nüparn. Nochmal geblockt. Rohr hat sich reingeworfen. Wir kriegen die nächste Ecke. Das war schon mal gefährlich. Hummels mit einem richtig guten Kopfball. Fögrug hatte dann auch die Übersicht für Nüparn. Wieder Brandt jetzt hier mit dem zweiten Ball. Benzibaini. Ich denke mal, das wird jetzt gleich ja genommen. Die kriegen den Ball hier nicht geklärt. Adeyemi nimmt ihn sich. Nimmt Dodo mit. Dodo geht wieder die Linie entlang. Bringt er die Flanke. Er nimmt Nüparn mit. Nüparn. Und da ist das 1-0. Zvere Halset Nüparn. Safehatch ausgesprochen. Der letzte Name. Gehe ich mal von aus. Macht sein erstes Tor im Trikot von Borussia Dortmund. Und das in bester Volante Manier. Geht mit nach vorne in den 16er. Dodo hat die Übersicht. Er macht es gut. Nimmt den Ball stark mit. Und dann ein eiskalter Abschluss. Beidfüßig. Ich weiß gar nicht. Hätte ich das schon mal erwähnt. Der Typ ist einfach beidfüßig. Der hat bei beiden Füßen stehen sehr gut oder so. Wartet. Hier. Sehr stark. Sehr stark. Der ist einfach beidfüßig. Auch ein Grund, warum ich ihn geholt habe. Kann dementsprechend vielleicht auch mal auf beiden Seiten antrainiert werden. Wenn wir das wirklich machen. Ihn zum Außenverteidiger umtrainieren. Kann ich mir mal noch gut vorstellen. Aber auch als Volante ist das natürlich geil. In der Zentrale kannst du das auch gebrauchen, wenn er beidfüßig ist. Damit gehen wir hier kurz vor der Pause mit 1-0 in Führung. Sehr schöne Sache. Haben uns gut reingekämpft hinten raus. Nachdem wir die ersten Minuten relativ schwach waren. Ist es denke ich mal jetzt auch eine verdiente Führung zur Pause. Brand mit dem Freistoß aus dem Halbfeld. Nicht wirklich halbfett, um ehrlich zu sein. Aber ja. War sogar gefährlich. Am Ende ist der Ball allerdings geklärt worden. Tatsächlich. Wir machen weiter mit einem Highlight für Paderborn mal. Zumindest zu Beginn hier. Da Costa gegen Benzibaini. Maldini lässt Schlotterbeck so ein bisschen ins Leere laufen. Und dann ist es Munteanu, der das Ding aus, keine Ahnung, 15 Metern einschießt. Nicht gut verteidigt, muss man festhalten. Benzibaini sieht hier nicht gut aus gegen Dacosta. Das ist viel zu leicht, wie er da vorbeikommt. Schlotterbeck sieht dann noch schlechter aus gegen Maldini. Und dann ist es Hummels, der zu spät kommt gegen Munteanu. Und ja, damit ist der Ausgleich geschossen. Ich würde mich interessieren, was das für Munteanu ist. Früher gab es ja einen Vlad Munteanu. Ich glaube, der hat auch bei Cottbus gespielt. Ja, ja, ja. Der war bei Cottbus. Nicht lange, ein Jahr. Aber ich hatte ihn noch im Kopf deswegen. Der ist generell sehr viel rumgekommen. Auch bei Wolfsburg unter anderem. Ja, ja, ja. Wild auf jeden Fall. Guck mal an. Das hatte ich noch im Kopf nämlich. Ja, ist er aber nicht. Logischerweise, weil das war 2006, 2007, wo er glaube ich bei Cottbus war, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Von daher, aber ja, ich hatte halt nur den Namen noch im Kopf. Benzibaini jetzt hier, macht das vielleicht mal gut. Brand. Flanke auf Adeyemi. Wird aber nicht gefunden. Dodo bleibt dran. Adeyemi. Ich glaube, das war abseits. Ist auch schön gespielt. Ein starker Abschluss von Adeyemi. Aber ich gehe stark davon aus, dass der im Abseits stand. Ja. Nein. Oh, er zählt. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte safe gedacht, der stand im Abseits. Gut eingeleitet von Benzibaini. Flanke von Brand war eigentlich auch gut. Aber Brackelmann setzt sich da ganz gut durch. Positioniert sich auch einfach besser als Adeyemi beim Kopfball. Aber der macht es im Nachhinein besser. Und haut das Ding Eizkart ins lange Eck. Sehr stark gemacht. Kein Abseits. Jetzt sehen wir es hier gleich hoffentlich nochmal. Auch wenn die Linie manchmal ein bisschen. Ja, also das sagt jetzt nicht so viel aus, um ehrlich zu sein. Aber wir glauben dem Ganzen mal. Ja. Führung für Paderborn hat dementsprechend nicht lange Bestand. Glücklicherweise. Wir haben uns direkt zurückgemeldet und sind wieder in Führung. Und haben hier direkt Benzibaini, der auf dem linken Flügel entlang geht. Findet Brandt. Den kann man auch mal ins Tor bringen. Also ganz im Ernst. Den kann man ein bisschen gefährlicher aufs Tor bringen. Und dann vielleicht auch mal ein Tor draus machen. Brandt. Aber okay. Trotzdem wieder ein starker Vorstoß von Benzibaini. Da Ecke jetzt hier. Paderborn. Brackelmann. Kleefisch. Wird zum Glück geklärt. Heuer geht hinten rum. Und ich hoffe, das wird es gewesen sein. Let's go. Doppelwechsel. Wir bringen Rainer und Lokonga für Brandt und Can. Die beide kein wirklich gutes Spiel machen. Jetzt kein Katastrophenspiel. Auf jeden Fall bei Can auch nicht von der Note her. Aber doll ist es jetzt nicht. Und was wiederum doll ist, ist der Elfmeter, den wir bekommen. Sambi Lokonga. Frisch eingewechselt. Holt direkt mal den Strafstoß raus. Wie es aussieht. Ja. Und der wird auch gegeben. Vorher ein guter Freistoß von Rainer. Die andere Einwechslung an die Latte. Und jetzt ist es Füllkrug, der den Elfmeter übernehmen wird. Ich hätte gedacht, um ehrlich zu sein, Benzibaini wird das tun. Aber es ist Füllkrug. Und der haut das Ding zum 3 zu 1 rein. Ich würde sagen, das Ding ist dann hoffentlich durch, soweit es geht. Ich würde auch sagen, wir wechseln gleich mal. Der nächste Doppelwechsel. Bagi und Mané für Tudibo und Adeyemi. Tudibo hat jetzt auch schon gelb. Und wird jetzt erstmal ausgewechselt. Hat aber ein gutes Spiel absolviert. Und ja, Adeyemi eigentlich auch ein gutes Spiel. Aber Bagi will ich jetzt auch direkt ein bisschen Spielzeit nochmal geben. Gucken, ob er hier vielleicht auch gleich was zeigen kann. Sieht erstmal nicht danach aus. Wir können aber gleich nochmal wechseln. Einen Wechsel haben wir nämlich noch. Und wir werden gucken, dass wir Schlotter weg rausnehmen. Dafür wird Tom Rote reinkommen. Als linker Innenverteidiger kann er das auch. Eigentlich wäre es smarter. Rote und Benzibaini zu tauschen, weil das so rum besser ist für die beiden. Aber die können es auch so rum. Und das können wir Rote auch mal ein bisschen antrainieren, dass er vielleicht auch linker Innenverteidiger irgendwann mal konstant spielen kann. Mal schauen. Bisher macht das ja eigentlich ganz gut. Auch als linker Außenverteidiger. Aber, oh Hummels. Aber, ja. Jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, dass man, ja. Mir fällt es gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Dass er vielseitig eingesetzt werden kann, würde ich sagen. Mir fällt gerade das Wort, das passen wir dazu nicht ein. Ist ja auch Wumpe. Wir haben das Ding hier so gut wie über die Zeit gebracht. Kriegen nochmal eine Ecke. Reiner wird sie reinbringen auf den kurzen Pfosten wieder, wo Hummels, Föckrug und ich denke auch Rote da einlaufen werden. Hummels, nein. Föckrug kommt ran. Reiner nimmt Rooney Bacchi mit. War nochmal ein gefährlicher Abschluss von Bacchi, aber leider nicht aufs Tor. Trotzdem wieder mal ein souveräner Sieg. Auch wenn man sagen muss, das Tor für Paderborn war im Nachhinein schon verdient rein statistisch gesehen. Was ein bisschen schade ist. Gegen den Zweitligisten kannst du auch mal zu Null spielen in meinen Augen und kannst dich auch defensiv ein bisschen souveräner verkaufen. Aber am Ende des Tages ist es ein 3 zu 1 Sieg. Ohne große Probleme weitergekommen. Die Frage ist, was ist mit den anderen? Sind die auch souverän weitergekommen? Leider, ja. Alle Bundesligisten haben sich durchgesetzt. Leverkusen, Freiburg und Leipzig stehen damit im Halbfinale und ich bin sehr gespannt, wer da wen zugelost bekommt. Here we go. Auslosung fürs DFB-Pokal-Halbfinale. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Wir schauen rein. Die Spannung ist da. Das erste Team, das zugelost wird, ist der SC Freiburg. Heimspiel für die Freiburger. Und der Gegner im Halbfinale wird sein Bayer Leverkusen. Das heißt, wir bekommen RB Leipzig. Ist jetzt nur noch die Frage, ob heim oder auswärts. Immerhin zu Hause, wo wir sie bereits einmal geschlagen haben. Aber das wird natürlich schwer. 100 Prozent hätten wir leichter kriegen können. Freiburg wäre das leichtere Los gewesen. Und auch Leverkusen, muss man fairerweise sagen, wäre rein tabellarisch gesehen das leichtere Los gewesen. So haben wir nochmal einen Brecher im Halbfinale. Freiburg ist sogar Fünfter und vor Leverkusen, muss man fairerweise sagen. Und Freiburg haben wir ja bisher in der Liga auch noch nicht geschlagen. Gegen die haben wir ja unentschieden gespielt tatsächlich und gegen Leipzig halt verloren. Das heißt, Leverkusen wäre die einzige Mannschaft gewesen, die wir bisher in der Saison bereits geschlagen haben. Wobei, nee, stimmt nicht. Immer gegen Leipzig haben wir erst den Spieltag auch gewonnen. Aber Leverkusen ist die einzige Mannschaft von den dreien, die uns bisher noch keine Probleme gemacht hat. Können wir mal so sagen. Denn Freiburg, wie gesagt, unentschieden nur gespielt. Und Leipzig einmal verloren, einmal gewonnen. Leipzig sowieso unser ärgster Konkurrent. Das wird also ein spannendes Halbfinale. Wann ist das terminiert? Und hier, okay, wir werden ja heute noch bis hier gehen. Das heißt, in der nächsten Folge, ja, werden wir wahrscheinlich dann von hier aus bis hier irgendwo gehen. Je nachdem auch, wie wir weiterkommen in der Euroleague, wird ja da auch noch hier in anderen Spiele kommen. Naja, dann haben wir noch drei Folgen. Also mit der Folge drei Folgen für die Saison. Bei heute bis hier, dann in der nächsten Folge irgendwo bis hier. Und die letzte Folge dann die Saison beenden. Ja, ja, das wird wild. Wir machen jetzt noch weiter. Und ja, ich hole euch, denke ich mal, wieder rein, wenn wir wissen, wer unser achte Finale gegner wird in der Euroleague. Denn die wird jetzt gleich ausgespielt hier in der Zwischenrunde in der nächsten Woche. Und für die Auslosung am 21.02. hole ich euch wieder rein hier. Jo, Leute, da sind wir angelangt bei der Auslosung für die Europa League. Wir haben die erste Runde natürlich geskippt, denn wir waren weiter in der Zwischenrunde. Sehen wir hier einmal die Ergebnisse. Sociedad, Alkmaar, Sporting, Olympiakos, Lille, Young Boys Bern, Partisan und Villarreal haben sich tatsächlich am Ende durchgesetzt. Dementsprechend gehen wir mal rein in die Auslosung und gucken, wen von denen wir zugellos bekommen. Denn wir kriegen ja nur welche zugellos, die halt eben auch in der Zwischenrunde waren, logischerweise. Und keinen aus der oberen Hälfte. Olympiakos wäre jetzt die erste Möglichkeit. Die kriegen aber Neapel zugellos. Ich skippe mal so ein bisschen durch. Sociedad ist der nächste Gegner. Die kriegen Marseille. So, Young Boys Bern haben wir ja schon gespielt. Ich hätte ja hier skippen können. Das ist ein bisschen schlecht hier das Timing zu erwischen, um ehrlich zu sein. Young Boys Bern gegen Manchester United. Lille wäre ein schwererer Gegner und wir kriegen natürlich Lille. LOSC Lille bekommen wir zugelost. Ich würde sagen, wir können ja noch zum Ende springen. Hoffenheim ist natürlich noch als altere deutsche Mannschaft drin. Die letzte Partie ist Partisan gegen Chelsea. Sporting gegen Hoffenheim, AZ gegen Lazio. Und Villarreal gegen Monaco ist auch ein starkes Spiel, auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ja, das tut weh. Ich weiß nicht, gibt es jetzt gleich die Auswirkungen für die nächste Runde? Manchmal gibt es das ja hinterher. Nein, okay, scheinbar nicht. Ne. Oh, Ferdi erleidet Krankheit. Oh, ne. Kurzes Update. Wir haben gegen den VfL Bochum 3 zu 1 gewonnen. Hattrick, Gio, Reiner, auch mehr als verdienter Sieg wohlgemerkt. Also, ich habe mich schon aufgeregt. Ich dachte, nein, weil es bis zum Gegentor so aussah, als ob wir das Ding hier wirklich verlieren würden, weil wir halt selber kaum nach vorne irgendwie unsere Chancen genutzt haben. Aber dann kam Gio Reiner mit einem wunderschönen Freistoß. Richtig schön reingemacht. Dann hier Bagi mit einer wunderschönen Freistoßvorlage, ebenfalls für Reiner. Auch easy reingemacht. Und dann das 3 zu 1. Wieder Gio Reiner, Williams mit der Flanke, Moukoko scheitert noch am Keeper. Und Reiner staubt dann im Endeffekt ab und macht den Hattrick perfekt. Richtig schönes Ding von unserem Gio. Dann gegen Werder Bremen gab es wahrscheinlich die krasseste Zerstörung von mir in dieser Saison. 0,0 XG für Bremen. Die haben nicht einen Schuss aufs Tor gehabt, 35% Ballbesitz, absolute Zerstörung hier an der Stelle. 3,91 XG, 5 zu 0 gewonnen. Verdienter ging es nicht tatsächlich. Und hier hat natürlich der eben schon erwähnte Cardioglu eine Masterklasse abgeliefert. Erstmal Elfmeter, sich hereingemacht von Alea. Dann Thüram nimmt eben jeden Cardioglu mit, der wieder mal in die Mitte zieht, seinen Standard-Move und wunderschön ins lange Eck abschließt. Eiskaltes Finish. Dodo dann mit dem nächsten Vorstoß. Der findet, glaube ich, gleich Alea in der Mitte, wenn ich mich nicht irre. Genau, Alea am zweiten Pfosten. Und der köpft das Ding ohne Probleme ein. Dann Schlotterbeck mit dem Lauf nimmt gleich wieder hier Samy Lokonga und dem Ferdi mit. Wieder in die Mitte gezogen. Wieder auch reingeknallt das Ding. Er macht seinen Main-Move. Und zum guter Letzt in der zweiten Halbzeit das. 5 zu 0 wieder Ferdi. Cardioglu zieht wieder von links in die Mitte und wieder ins lange Eck geschossen. Eiskalter Finish. 5 zu 0. Zerstörung, wie gesagt. Nachdem uns Bremen hier im Hinspiel eigentlich die erste Niederlage hätte zuführen können, weil da hatten sie auf jeden Fall einen Sieg verdient gehabt im Vergleich zu uns, oder zumindest mal einen Unentschieden, haben wir sie im Rückspiel richtig zerstört, haben einen mehr oder weniger flawless Monat hingelegt, wenn man sich das hier anguckt. Jetzt spielt halt nur noch Gladbach. Dann war das wirklich ein kranker Monat hier für uns. Haben wir jetzt auch wieder 4 Punkte immer noch Vorsprung auf Leipzig und natürlich auch mal ein bisschen was fürs Torverhältnis dadurch jetzt getan. Gio Reiner mittlerweile auch bei 8 Toren. Unser bester Torschütze. Cardioglu hier mit dabei. Kobel hat die meisten Spiele mit Neuer ohne Gegentor, wobei man sagen muss, Alex Meyer hat jetzt schon 3 davon. Also wenn Kobel in den Spielen im Tor gestanden hätte, denke ich mal, hätte er auch die 0 gehalten. Er hätte eigentlich auch schon auf 13 kommen können. Wegen seiner Verletzung aber nicht. Und ja, also Reiner ist auch absolut krank unterwegs. Alex hat jetzt 8 Tore, 5 Wohl lang in der Liga für uns. Unser bester Scorer. Insane läuft das. Und ich muss auch sagen, diese Taktik hier mit den 2 Zehnern funktioniert ganz gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es ins Hinspiel geht, gegen Lille. So Leute, zum Abschluss der Episode, habe ich schon gesagt, gehen wir rein ins Europa League Achtelfinale Hinspiel gegen den LOSC Lille. Wir starten rein. Hier sehen wir die Startelf. Föckuk im Sturm. Denn Alea ist noch ein bisschen angeschlagen. Föller hat aber tatsächlich am letzten Spieltag einen Doppelpack gemacht. Von daher bin ich guter Dinge. Adeyemi auch noch angeschlagen. Deswegen Bagi noch in der Startelf. Ansonsten eigentlich die Bestbesetzung. Wie gesagt, eigentlich ist hier Adeyemi, Alea in meinen Augen die Bestbesetzung. Aber das ist im Endeffekt, also ist alles formabhängig. Nehmen sich eigentlich alle nichts, wenn ich ehrlich bin. Also wie gesagt, das ist alles. Ich will mich nicht beschweren. Kader technisch. Ich will mich wirklich nicht beschweren. Sie gehen rein mit einem 4-1, ja 4-1 oder wahrscheinlich mit einem 4-3-3, ich guess. Das wurde bei uns ja auch immer so ein bisschen komisch angezeigt. Lille ist derzeit übrigens nur 8er in der League A. Also in meinen Augen müssen wir das Ding hier wuppen. Und ja, wir haben übrigens einen neuen Vertrag unterschrieben. Wir haben unseren Vertrag verlängert. Auch wenn ich, wie gesagt, wenn wir Deutschland vielleicht abschließen würden, mich nach neuen Jobs umschauern, logischerweise. Ich wollte zumindest erstmal gucken, dass wir den Vertrag verlängern. Nicht, dass es am Ende ausläuft. Und wir haben am Ende vielleicht die Meisterschaft und den Pokal verkackt. Und was weiß ich. Selbst wenn wir halt die Meisterschaft holen und im Pokalalbfinale rausfliegen, müssten wir ja trotzdem immer noch den DFB-Pokal gewinnen. Wir könnten theoretisch irgendwann später wiederkommen in die Bundesliga und dann den DFB-Pokal holen. Das würde auch gehen. Aber wir wollen ja im Idealfall alles in einem Wisch machen. Und hoffen mal, dass wir das jetzt in der Saison schaffen. Aber wir müssen trotzdem erstmal schauen, logischerweise. So, musste ich jetzt eben noch umstellen. Ich war noch auf Entscheidende anstatt von Erweiterten. Aber wir sehen es links. Es ist ein 4-3-3, wie ich schon mir gedacht habe, tatsächlich. Was halt wieder wie ein 4-1-4-1 angezeigt wurde. Die spielen sogar mit zwei inversen Außenverteidigern. Beziehungsweise einen inversen Außenverteidiger und einen inversen Flügelverteidiger, interessanterweise. Ansonsten Nabi Bentaleb ist dabei. Samuel Umtiti. Wir haben das erste Highlight durch eine Ecke. Gio Reyna wird sie reinbringen. Todibo hat übrigens auch schon sich gezeigt. Mit dem Kopf bei Duellen. Let's go! Jean-Claire Todibo mit seinem, ich glaube, dritten Tor oder so für uns. Mittlerweile schon. Also der hat jetzt auch in der Liga wieder getroffen. Und jetzt eben auch hier in der Europa League. Zur 1-0-Führung gegen LOSC Lille. Die scheinbar direkt einen Anschluss-Highlight haben. Zumindest geht es direkt weiter hier. Yassici. Yassici. Safe falsch ausgesprochen. Nehmt es mir nicht übel. Macht hier einen Flügellauf. Bringt die scharfe Flanke in die Mitte. Wir kriegen den Ball aber geklärt und könnten jetzt vielleicht den Konter starten, weil ich glaube, das war noch nicht ganz das Highlight. Gio Reyna mit einem starken Lauf. Um Titti geht es da dazwischen, aber Reyna bleibt dran. Reyna, schön. Baci, Dodo, Dodo mit einem schönen Lauf. Haut das Ding aber leider übers Tor. Schade, schade. Sehr guter und vielversprechender Beginn von uns. Dodo jetzt hier mit der Chance nach dem Einwurf. Tyrann mit der Flanke. Marco Reus wollte ich schon sagen. Da stand Ferdi. Marco Reus ist nicht mal im Kader. What the fuck. Egal. Starker Beginn. Starker Beginn wieder. Noch nichts weiter zugelassen an Abschlüssen für Lille. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, denn jetzt sieht es so aus, als ob sie hier einen Konter fahren. Aber müssen erstmal abbrechen, weil wir ganz gut uns wieder positionieren. Jetzt haben sie aber Pubel, Pubel, was auch immer. Unasch, Joro. Okay, sie müssen wieder hintenrum aufbauen. Können wir vielleicht dazwischen gehen? Ist die Frage. Gehen wir dazwischen? Dodo geht dazwischen. Natürlich. Todibo. Wir bauen jetzt nur über Pubel auf. Aber das sieht wirklich wieder mal schön stabil hinten aus. Reiner. Starker Ball. Oh, wenn wir den auf Fökruc spielen und Fökruc auf Kadjoglu. Da war so viel Platz gerade. Aber wir bauen nochmal neu auf Kadjoglu. Fökru auf Batschi. Der bleibt aber hängen und am Ende ist die Situation noch vorbei. War aber scheinbar kein Abseits, weil die Fahne ging nicht hoch. Schade, dass sich da Batschi nicht besser durchsetzen konnte. Aber jetzt er mit der Ecke hier. Auf den kurzen Pfosten. Doppelpack. Todibo. Neuzugang Nummer 1, Alter. Junge, Junge, Junge. Was ein Upgrade zu Niklas Süle. Das muss man jetzt schon einfach sagen. So früh in seiner Zeit hier bei uns macht er direkt schon den Impact und macht das nächste Kopfballtor. Wie kopfballstark ist der bitte? Wie kopfballstark ist der Junge? Richtig geiles Ding. 2 zu 0 zur Halbzeit. Verdiente Führung. In der Höhe vielleicht ein bisschen glücklich, wenn wir uns die XG anschauen. Aber ich meine, das waren zwei Kopfballtore nach Ecken. Die geben nicht viel XG, muss man fairerweise sagen. Dementsprechend, ja, stark einfach von Todibo. Vielleicht wird das hier doch mehr jetzt nur das Anstoß-Highlight. Cardioglu wird freigespielt. Flanke auf Füllkrug. Jakub Esch, aber ohne Probleme. Okay, es geht scheinbar noch weiter. Der Torwart mit dem Abschlag. Dodo setzt sich aber durch. Batschi kommt an den Ball. Batschi mit einem guten Lauf. Der hat ja auch Tempo, nimmt Tyrann mit. Der auf Reiner und der mit dem 3 zu 0. Let's fucking go, Alter. Im Hinspiel direkt machen wir hier hoffentlich schon alles klar. 3 zu 0 bei Lille nach nur 46 Minuten. Also ein richtig starker Auftritt von uns. Hier schön rausgespielt und Reiner da mit dem eiskalten Abschluss ins kurze Eck. Es geht, Leute. Es geht richtig gut los hier gegen Lille in der Achtelfinale. Aber wie gesagt, die sind auch nur Achter in der Liga. Also dementsprechend gibt es da deutlich schwerere Gegner, die noch auf uns zukommen. Manchester United zum Beispiel. Auch Chelsea wird wieder ein hartes Stück an Arbeit im Rückspiel. Also dann werden. Wir haben ja jetzt schon in der Liga-Phase uns zwar durchgesetzt, aber haben uns auch sehr, sehr schwer getan tatsächlich. Dementsprechend wollen wir hier noch nichts überstürzen und uns zu früh über Sachen freuen. Wir sind aber, also wir haben schon eine sehr gute Ausgangslage uns jetzt geschaffen fürs Rückspiel. Wir wollen uns jetzt aber auch noch nicht hier zu früh freuen. Das sind immer noch knapp 40 Minuten zu spielen. Je nachdem, wie die Nachspielzeit ausfällt, logischerweise. Und jetzt haben wir hier mal ein Highlight und den Anschlusstreffer. Yusuf Yastici mit einem krassen Banger aus, ja, 20 Metern oder so. Richtig starker Abschluss, muss man sagen. Ja, haben wir uns vielleicht schon zu früh gefreut. Hoffen wir mal nicht. Hat er zu viel Platz, muss man einfach sagen. Und dann sieht Kobel vielleicht auch nicht so gut aus. Aber das ist auch wirklich ein krasser Schuss gewesen, fairerweise. Also es war stark gemacht von Lille an der Stelle. Die jetzt mit 0,09 xG ein Tor erzielt haben. Das tut natürlich ein bisschen weh. Aber wir werden jetzt erstmal wechseln, denn wir haben auf jeden Fall gute Leute auf der Bank. Schlotterbeck macht kein so gutes Spiel tatsächlich. Obwohl er jetzt eigentlich gesagt hat, er ist fein damit, bei uns zu bleiben. Aber hoffentlich kann er das dann auch demnächst mal zeigen, indem er wieder gute Noten sammelt. Denn die Noten bei ihm waren in der letzten Zeit wirklich nicht so gut, muss man sagen. Macht jetzt keine horrenden Fehler, aber die Noten sehen halt einfach nicht so gut aus. Und das ist ja immer schon... Ich meine, Ayer hat jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt und hat trotzdem nur 7-0 zum Beispiel. Also von daher kann man ja auch schon gute Noten sammeln, wenn man nicht so viel in Erscheinung tritt. Ich meine, Tudibo boostet seine Noten halt mit einem Doppelpack logischerweise jetzt hoch in dem Fall. Oder generell mit seinen Toren, die er erzielt für uns. Aber trotzdem, das geht auf jeden Fall besser. Jetzt dürfen wir hier aber nicht den zweiten Distanzschuss gegen den Treffer zulassen. Da hat er wieder sehr viel Platz gehabt tatsächlich. Das machen sie geschickt. Die schnelle Verlagerung von rechts auf quasi links, so Halbraum. Und dann der Abschluss direkt, weil wir da uns nicht gut mitschieben. Wir bringen nochmal ein bisschen Dynamik rein. Jamie bei Nogitens und Felix Metzer kommen rein für Bagi und Thüram. Das ist dann nochmal ein bisschen... Ja, jetzt haben wir im Endeffekt die komplette Zentrale ausgetauscht. Ein paar frische Beine aufs Feld bringen. Aber im Endeffekt sieht es so aus, als ob wir hier das 3 zu 1 hoffentlich über die Zeit bringen werden. Wir haben eigentlich nicht wirklich was zugelassen, außer halt zwei Distanzschüsse. Und jetzt nochmal eine Ecke, wie wir hier sehen. André. Und da ist der Anschlussstreffer. 2 zu 3. Wir haben uns definitiv zu früh gefreut hier über das 3 zu 0. Tut natürlich weh. Wir haben eigentlich nicht wirklich was zugelassen, außer wie gesagt zwei Distanzschüsse. Und halt eben jene Ecke, die jetzt natürlich hier mit 0,75 reingeht, weil der aus 5 Metern eingeschoben war. Highlight vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Vielleicht nochmal das 4 zu 2 zu machen. Hier wäre ganz schön, Cardioglu mit einem seiner Standard-Moves in die Mitte zu ziehen. Wir nehmen aber erstmal Todibo mit. Der sieht Dodo, Matcher, wieder, ja, Dreieckspiel da von den dreien. Dodo, kann er vielleicht auch über außen durchgehen, kommt er nicht durch. Todibo nimmt Ayer mit. Sabitzer, der bisher kein gutes Spiel nach Einwechslung macht, wohlgemerkt. Benze bei Ini, Sabitzer wieder. Todibo, raus auf Dodo. Der mit einem Fehlpass. Und ich denke, das wird jetzt gleich der Abpfiff sein. Gehe ich mal stark von außen. Da haben sie uns jetzt eine Minute einfach gezeigt, wie der Abpfiff hier runter geht, ja. 3 zu 2 gewinnen wir das Hinspiel nach. 3 zu 0 Führung ist das sehr enttäuschend, muss ich fairerweise sagen. Ein Distanzschuss und ein Eckend-Gegentor. Da weiß ich nicht, wie froh ich darüber bin. Und Schlotterbeck ist der Einzige, der sich hier... Ja, perfekt. Also einer der schlechtesten Spieler auf dem Feld ist nicht zufrieden darüber, dass wir ein bisschen kritisieren, nachdem wir nochmal zwei Gegentore uns gefangen haben. Aber okay, so viel dazu. Ich würde sagen, wir beenden damit gleich die Episode. Wir schauen uns nochmal ganz kurz an, wie die Ligaspiele waren. Ich glaube, Gladbach muss ich euch noch zeigen. Und eben das letzte Spiel, was wir davor hatten gegen... Weiß ich gerade gar nicht. Gegen wen war das? Ist ja auch Freiburg. Hier erstmal das nächste Tor von Todibo, was wir hatten. Wieder Ecke, äh, Freistoßrote. Kopfball Todibo, sehr stark gemacht. Der ist einfach ein Kopfballmonster. Hier haben wir ein bisschen Glück, dass Allaire da rankommt. Thürams Pass eigentlich abgefangen, aber Allaire setzt da sehr gut nach und haut das Ding rein. Da haben sie nochmal den Anschlussstreffer gemacht, die Gladbacher über Führig, indem Kobel dann einen Fehler macht beim Rauskommen. Sieht da nicht gut aus. Kurz danach hatten die auch nochmal ein Abseits-Tor gemacht, muss man fairerweise sagen. Hier aber dann erstmal Brandt. Spielt Füllkrug in der Mitte, wunderschön frei. Rote Feuer mit einem guten Pass in die Tiefe. Und Brandt hat dann die Übersicht. Sehr schönes Tor. Und dann hier nochmal ein Doppelpack von eben Niklas Füllkrug zum 2-0-Sieg über den SC Freiburg. Hat uns dann auch in der Liga, ja, weiterhin auf einer guten Road hier befördert. Reiner zunächst einmal mit einer fantastischen Übersicht. Freiburg ist da komplett aufgerückt, warum auch immer. Und Füllkrug macht den dann souverän rein mit einem Lupfer. Hat natürlich auch gezählt. Reiner dann hier wieder mit guter Übersicht. Nimmt Rote mit. Der mit der hohen Flanke auf den zweiten Pfosten. Und da köpft Füllkrug, ja, unbedrängt, relativ unbedrängt, ins kurze Eck ein. Damit würde ich sagen, Leute, beenden wir diese Episode hier auch mit eben jener Übersicht. Wir haben jetzt die letzten 5 Ligaspiele allesamt gewonnen und nur 2 Gegentore kassiert tatsächlich. Generell sind wir vielleicht mittlerweile auch die beste Offensive wieder. Nein, okay. Leipzig hat noch immer die beste Offensive mit, ich glaube, 3 Toren mehr müssten es sein oder was. Dann wahrscheinlich 4 Tore mehr, okay. Leipzig 4 Tore mehr als wir. Wir dafür aber die beste Defensive und das mit Abstand. 8 Gegentore weniger als Leipzig kassiert bisher. Kann man sich, denke ich, mal sehen lassen. Kann man sich, denke ich, mal sehen lassen. Noch keine rote und die wenigsten gelben Karten kassiert. Also hier kann man sich auch wirklich nicht über die Statistiken beschweren, wenn man sich das anguckt. Wären theoretisch nach der XG-Tabelle nur Zweiter, weil Leipzig halt 0,5 Punkte mehr in den Expected Points hat als wir. Tatsächlich wären aber trotzdem auf jeden Fall auch mit da vorne, fairerweise. Generell muss man sagen, ich kann mich nicht über die Leistungen der Mannschaft beschweren. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir in der nächsten Folge sowohl in der Euroleague-Viertelfinale einziehen, aber auch das DFB-Pokal-Halbfinale überstehen. Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall das Spiel in der nächsten Folge, das Spiel. Und dann höchstwahrscheinlich kommt ja hoffentlich auch noch das Viertelfinale von der Europa League dazu, wenn wir weiterkommen gegen Lille. Dann werden wir uns da auch wieder das Hinspiel antun, denke ich mal. Und Leverkusen, Stuttgart, die ganzen Ligaspiele werde ich, denke ich mal, erstmal überspringen. Weil die sind jetzt aktuell halt einfach nicht so interessant. Wir sind vier Punkte vor, sind auf einer sehr guten Streak in der Liga, haben jetzt schon eine Weile lang nicht mehr verloren. Halt das letzte Spiel, das wir verloren haben, war gegen Leipzig. Seitdem in der Liga alles auch gewonnen, muss man fairerweise sagen. Nicht mal mehr unentschieden gespielt. Generell ewig schon nicht mehr unentschieden gespielt in der Liga. Hier im letzten Jahr tatsächlich, erst im November, haben wir nochmal 0-0 gespielt. Also ja, von daher, ewig lang in der Liga nicht mehr verloren. Deswegen macht es mehr Sinn, die Pokal-Wettbewerbe sich anzuschauen, denke ich mal. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Like und einen Kommentar da. Bis dann, haut rein und ciao. 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 Ciao.